Witzkunde mit Dr. Öge Guten Abend, meine Damen und Herren, mein Name ist Dr. Öge. Heute der Flachwitz. Der Flachwitz heißt Flachwitz, weil seine Pointe beim Publikum einen auffallend flachen Ausschlag am Lachometer aufweist. Ein Beispiel. Ein englischer Graf macht eine Wanderung am Fuße der Schwäbischen Alb. Auf seinem Weg kommt er an einem Gehöft vorbei. Dort trifft er einen Einheimischen bei der Arbeit. Er beschließt, ihn nach der Uhrzeit zu fragen. Hallo, Mister. Ich bin nicht der Mister, ich bin der Melger. Geheh, ich bin der Melger. Bis zum nächsten Mal.